Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Polykondensation Grundkurs. Der Film gehört zur Reihe Kunststoffe. Für die notwendigen Vorkenntnisse solltest du bereits Videos über die Polymerisation gesehen haben. Du solltest wissen, was aromatische Verbindungen sind und worum es sich bei einer Verästerung handelt. Mein Ziel in diesem Video ist es, dir das Wesen der Polykondensation an einigen Beispielreaktionen zu zeigen. Der Film ist in fünf Abschnitte unterteilt. 1. Die Entdeckung 2. Polyester 3. Polyamide 4. Phänoplast 5. Ein Überblick 1. Die Entdeckung Im Jahre 1872 führte der deutsche Chemiker Adolf von Bayer eine chemische Reaktion durch. Er setzte Phenol mit Formaldehyd um. Er synthetisierte einen Kunststoff, der die Farben Orange, Rot und Schwarz annehmen kann. Später wurde er industriell hergestellt. Den Namen Bakelite erhielt er nach Leo Hendrik Bickeland, der das industrielle Verfahren entwickelte. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause! Gute Bildung, zu Hause! Gute Bildung, zu Hause! Gute Bildung, zu Hause!